Pfander, unser Bulle des Monats, ist ein weiterer hervorragender Bulle für die Feed-Excel-Zuchtstrategie. Er bringt viel Milch bei einer guten Persistenz und einer hohen Futtereffizienz. Zusätzlich glänzt er mit hervorragenden Gesundheitswerten. Hierbei besonders zu erwähnen sind die Klauengesundheit, die Eutergesundheit und die Töchterfruchtbarkeit. Eine durchschnittliche Körpervererbung mit breiten, abfallenden Becken und gutem Fundament runden sein Profil ab.